Seid umgrüßlicht, seid gegrüßt. Es folgt eine kleine Runde NFS Underground 1 und es haben sich auch wieder anekdotifizierte Geschichtchen ergeben in den letzten Tagen. Let's start. CubeTube. Das Gamecube-Format für Sie ganz allein, für Dich ganz allein. Ein paar Minuten NFS Underground. Das Ganze nur sehr kurz gehalten, denn von diesen Werken gab es schon eine Menge auf diesen Kanälen. Viel mehr. In Bälde folgt, wie gesagt, das Tony Hawk's Pro Skater 3. Let's play. Ja, und ich parliere wieder wie immer so ein bisschen, passt ja auch zum Cover des Werkes über weibliche Geschöpfe. Ja, in den letzten Tagen. Also ich habe natürlich mit meinem Kumpel Daniel wieder viel hin und her parliert zwischen Taiwan und der Repubblica Alemanna. Und, ah, schönes Intro aus dem Jahre 2003. 21. Schrägstrich 28. November, wenn mich nicht alles falsch dünkelt und deuchet. Eine Lady am Volant. Ein Genie am Volant. Mega Boom Blaster stand da. Also ein bisschen Ghetto Blaster Soundanlage. Und sogar diese Neonbeleuchtung im Cockpit da bei dem Schaltknauf und so weiter. Aber, anyways, was ich erzählen wollte, ich habe ja diese Obsession, diese Besessenheit. Es gibt ja so eine Lady, die ich ganz, ganz toll finde. Und ihr Pendant. Also es geht eigentlich um eine blondiöse Frau, aber ihr Pendant. Es gibt eine Frau in Brünette, deren Namen ich gar nicht weiß. Und die traf ich. Und ich dachte, wow, das ist ja geradezu ein Ebenbild. Also ich befand mich in irgendeiner Stadt, vielleicht in Darmstadt oder so. Und ich habe eine Adresse nicht gefunden. Einmal war da eine junge Frau, die mir half, die Adresse zu finden. Sie war nicht alleine, aber ich dachte, wow, das ist genau die Frau, die du liebst, die du aus deiner Heimatstadt kennst hier. Aber in Brünette, und ich habe sie sogar noch gefragt, kennst du in einer bestimmten Stadt so eine junge Dame, die mich leider hasst. Aber anyways, ey, guck mal, das muss ich euch auch noch zeigen, ne? In diesem Profile hier heiße ich Eddie Singer One. Wer ist Eddie Singer? Steph interessiert's dich, Daniel interessiert's dich, Hank interessiert's dich, Roburak, dich interessiert alles. Ach so, das basiert gröblich auf der ehemaligen Teenie-TV-Serie I'm Fabulous mit Emma Roberts. Die habe ich geliebt als Kind. Und benannte mich so. Anyways. Jedenfalls, sie führte mich zu der eigentlichen Adresse hin. Und hat ein bisschen auch an meinem Lächeln und so weiter gesehen, okay, es scheint ihm wichtig zu sein, dass er nicht zu spät kommt zu seinem Termin, sondern eine Adresse findet. Und half mir ein bisschen, stand mir zur Seite. Und es war eine Odyssee. Wir haben Google Maps bemüht und haben geguckt, wo könnte hier die Umgebungsörtlichkeit ihrer Stadtfindungsmechanismen freisetzen. Ja, und irgendwann fanden wir die entsprechende Gegend. Und ich bin ja in den Orientierungsfragen immer ein bisschen verwirrt. Also wenn ich eine Straße finden muss, es war auch so süß. Diese junge Frau hat dann gesagt, sie kennt in ihrer eigenen Straße, wo sie wohnt, nicht die Straßennamen oder irgend sowas hat sie gesagt. Und ich war sofort verliebt in ihre selbsternannte Orientierungslosigkeit oder so. Weil so nett und angenehm in der Kommunikation. Naja, auf jeden Fall konnte ich da eine andere Person aufsuchen. So ein bisschen die Fragen des Lebens beleuchten und betrachten. Und am selben Abend noch ein Kumpel von mir erläutert, was Phase ist. Und auch einem Kumpel erzählt, wer die Person ist, die ich seit 2019 liebe tatsächlich. Und wenn ich sage Liebe, dann läge die Betonung auf Lie und auf B. Denn es geht um Liebe. Die Frage stellt sich nicht mehr. Glückwunsch, du hast den Underground-Modus erfolgreich gemeistert. Du vermuchtest zu reüssieren, Daniel. Ab jetzt sind alle Upgrades. Strecken und Wagen auch im Quick Race Mode. Freigeschaltet. Um den Underground-Modus neu zu starten, musst du ein weiteres Profil erstellen. Aber das tun wir nicht. Wir sind Eddie-Singer-One. Und die gibt es deswegen auch nur im wahrsten Sinne des Wortes One-Mal. Das ist ein komisches RX-7, haben wir hier. Ich habe noch eine andere Memory-Card, da heiße ich anders. Machen wir kurz im Quick Race eine kleine Fahrt. Ja, manuell, wir wollen ein bisschen die Gänge ausdrehen. Zeige ich euch, wie ich den Wagen getunt habe. Eigentlich Supra finde ich empfehlenswert an dem Werk. Oder Nissan 240SX. Obgleich ich bei der Zahl 240 eher an Sechszylinder-Dichte, zum Beispiel E-240 von Mercedes-Benz. So, Stadion, National Rail, Stadion, Terminal, Hot Royal, Olympic Square, verse, Atlantica. So, Inner City, Market Street, Nimba. Und das ist übrigens mein präferiertes, favorisiertes Lied. Broken Promises. My heart can't take no more. My mind has had enough. Maximaler Verkehr. Stärkere Gegner schwer. So, wir werden oft Stürze hinlegen. Ich habe es jetzt so schwer wie möglich eingestellt. Wir haben den Underground-Modus jetzt nicht angeschnitten, sondern fahren einfach nur so ein bisschen durch die Botanik. Ja, und diese Frau, die geht mir nicht aus dem Kopf, weil ich habe ihren Namen nicht, weil sie war ja nicht allein. Wir haben ja zusammengeholfen, den Wegpfad des Lebens zu finden in einer Stadt, in der ich mich nicht auskenne. In einer Umgebung, mit der ich nicht vertraut bin. Aber wirklich, Körpergröße, Gesicht, alles eins zu eins, die Person, die ich liebe und hier nicht nennen darf. Anfangs buchstabenstechnisch, nicht? Ähm, gut. Naja, okay, ein kleines Ründchen. Drei-Viren-Wir. Das ist übrigens ein Skyliner R34. Schaut euch diese Beleuchterungseffekte an. Also nicht nur diese überragenden, erhabenden Ladies, sondern die ganze Art, wie mit Farben gearbeitet wird in dem Werk. Ja, und mit diesen Werken hier verbinde ich viel. Ich habe ja in einem der anderen videösen Beiträge erläutert, wie das war. Damals mein Cousin Jan und so weiter. Die hatten das ja, als ich sieben Jahre alt war, auch immer bei sich. Allerdings nicht auf Cube, wie ich gerade, sondern auf deren Playstation 2. Seht ihr? Das ist es. Es ist wie ein Glücksspiel, wenn man den Verkehr reichhaltig einstellt. Rennen 95 und 103 im Underground-Mode. Das sind die besonders schwierigen Parts. Ich denke, wir machen aber auch nur dieses eine Rennen. Warum klänge ich so beschwingt? Also wie gesagt, diese Person gestern, die hat mich sehr beeindruckt. Aber es gab auch ein paar heftige Diskussionen gestern und vorgestern. Ich habe auch meiner besten Freundin Lara gesagt. Der Tag hat mich darüber belehrt, dass ich vielleicht doch irgendwann einfach eine brauche, die sehr heftige, krasse, eskapistische Antworten gibt und Hauptsache nie antwortet mit Ja, ja, okay, aber was noch viel wichtiger ist, Daniel, ich muss morgen zum Supermarkt oder so. Sondern eine, die immer voll beim Thema bleibt. Sei es auch noch so krass, unbequem, seltsam, obskur, Absonderlich, was weiß ich, sondern, ja, also eine Coco Light. Also Daniel wird mir folgen können. Daniel, du hast ja seit dem 27. August 2020 das zarte Grauen um dich rum. Und, ja, viele Gäste auch aus W. und so weiter in Deutschland sehen sich das sehr erstaunt an. Daniel, ich werde mir übrigens dein Nikolaus-Video detaillierter noch zur Seele führen und zur Gemüte. So, jetzt wird hier gerade oben auf meinem Handy was eingeblendet. Irgendwas mit Miami Vice. Whatever. Achso, jetzt sind es nur noch drei, also zwei Gegner. Ja, ich drehe die Gänge auch zu hoch aus. So, da hätte ich eben eine Abkürzung nehmen müssen, die aber eigentlich eher eine Verlängerung darstellt. Naja, auf jeden Fall konnte ich mich dann ja gar nicht auf meinen Termin konzentrieren, die Tage, weil ich sah nur das Ebenbild der Frau, die ich liebe. Na komm, einen Versuch starten wir noch. Ich sah nur das Ebenbild. Ein Ebenbildnis, das völlig überragt. Und es ging dann soweit, dass ich dann bei meinem Schwafel-Termin ein Stück weit Irritation gedrängt war, weil irgendwann wurde ich gefragt, an wen denkst du überhaupt die ganze Zeit, weil du bist ja irgendwie gar nicht im üblichen Redefluss oder so. Dann habe ich kurz erklärt, ja, es gibt da eine sehr, sehr faszinierende, ein Faszinosum darstellende Gestalt, die hasst mich so ein bisschen, aber irgendwo auch nicht. Und jetzt habe ich halt unglaublich flüchtig, aber als seines Vertrauensverhältnisses schon länger existent eben kurz eine gesehen, die einfach mal exakt gleiche aussah. Nur eben nicht mit der identischen Haarfarbe. Also anders koloriert, könnte man sagen. Ja, dann habe ich meine Herze allerlahibesten da zum dritten Mal, also 37 Minuten hören, waren wir am Geburtstag, aber noch eine Voice Message, 22 Minuten 22, draufparliert. Das ist ja immer ein schlechtes Zeichen. 22 Minuten 22 ist bei mir immer ein sehr schlechtes Zeichen. Da ist was im Wagen, da ist was im Busch, aber ich flog schon wieder raus, der dritte und letzte Versuch. Und habe da ein bisschen meine ausführlichen Schilderungen abgelassen und sie hat tatsächlich alles gehört. Ich liebe sie dafür und inzwischen hört sie den Kram auch wieder. Es gab jetzt eine Zeit, so speziell seit Oktober, da hat sie einige Sachen ein bisschen überhört. und möchte ich es mal freundlich nennen. Aber, sie hat sich wieder gefangen und hat der Aufmerksamkeit noch eine Chance gegeben, welch bezüglich ich ihr sehr, sehr verbunden bin. Hey, der zieht aber vorwärts. Scheinen die 800 Newtonmeter ja in die Wiege gelegt zu sein. Zweiter von Vieren. Ha, den haben wir fortgedrängert. La Musica. Ich habe es tatsächlich so eingestellt, dass hauptsächlich nur Broken Promises zu erhöhen sind. Ey. Komm. So, das waren jetzt knapp 10.000 Umdrehungen. Ey. Das ist ja höher als ein Jaguar XJS aus dem Rennsport. Oder ein Mazda RX-8 mit Wankelmotor. Tut das ja auch der Vorgänger hier. Vin Diesel in The Fast and in The Furious One. Hatte ja auch mal so ein RX-7 hier. Was hat der Neue gekostet in Deutschland? 80.000, 90.000 Mark. Also, war eigentlich schon ziemlich edles gefährt. Inflationsbereinigt ist es ja noch mehr. Und das sind ja meistens genau die Kisten, die dann gebraucht nicht viel kosten und wahnsinnig viel an Wert verlören. Oh, 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 oh. Ja, damit ist mein Schicksal besiegelt. Oh, 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 oh. Do you think? Ach Mensch. Ist das tragisch ey. Ich kenn eine hier, die das Wort tragisch noch nie benutzt. Ich schweige denn gehöret. Seht ihr hier die Pia? Ich zeig mal hin mit der Hülle. Da. Auf der X-Scheibe. Tja. Mach das zweite A weg, dann hast du einen sehr süßen Mädchennamen. Und ich kannte auch mal eine, die so hieß. Mit diesem melancholischen Schlusswörtchen ist dieser winzige Part vollendet. Bleibt euren Buchstaben treu. Wenn ihr irgendeine Person kennenlernt, die mit K oder mit L anfängt, lasst sie nie wieder los und umarmt sie für immer mit dem Abrazo der Ewigkeit. Das wollte ich nur los geworden sein. In diesem Sinne. Ach komm, das Liedchen noch fertig und dann ist auch gut. Ah, seht ihr mal? My heart can't take no more. Left with broken promises. Gleich kommt ein Brüller im fürwährlichsten Sinne des Wortes und an diesem rauskreischen merkt man einfach, dass es um Gefühle geht. Nee, noch nicht. Warte. Jetzt. Gott. Merkt ihr, wie er es rauskreischt? Also es muss um eine sehr wichtige Frau gehen, stimmt's? Ist ja fast so schlimm wie bei mir. Fast so schlimm wie bei dir, ja. Bei mir. Und ich hab der S-Punkt einmal gesagt am 27. August Die Frau, um die es eigentlich geht, ist so eine richtige Traumfee. Und sie sagte, aha. Und ich hab das dann erläutert, was die von mir denkt. Und dann meinte sie, ja, aber, 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 das ist doch dann für dich blöd. Na ja, es ist für mich saublöd, aber es ist auch eine Form von Attention. Aufmerksamkeit. Brauchen wir die nicht alle, ab und zu. Ich danke euch. 123 David Loom 12 3 5